Ich bin hier irgendwo. Ich geh jetzt einfach mal hier hoch. Ach, okay. Das war... Vielen Dank. Es ist ein bisschen kalt hier drin. Ich kann deinen Atem sehen. Aha. Aha. Ich habe mir einen kleinen Splicer-Cocktail gemixt. Wenn du nicht aus der Kälte raus kannst, musst du dein Herz in Eis einpacken. Und dann kommt der Eismann, Sanderbaby. Dann kommt irgendwann der verdammte Eismann. Okay. Es ist ein bisschen kalt hier drin. Zum Glück haben wir ja einen Feuerzauber. Ach, nein. Nicht die. Eistunnel. Das ist der einzige Weg, der hier... Wir haben Lebensbalken. Ich zerstöre die lieber jetzt, bevor die aufwachen. Oh, Alter. Was? Ähm. Ich schätze, der alte Kauz hat sich endlich entschlossen, jemanden herzuschicken. Der Hurensohn will mich hier erfrieren lassen. Ich habe eine ganz besondere Pose für dich ausgewählt. Äh. Okay, ich bin nur noch hier. Wie lange war ich weg? Ich zerstöre jetzt hier halt einfach wirklich alles. Ich habe ihn tatsächlich erwischt. Ja. Die ist ja kalt. Okay, ich kann ihn nicht fotografieren. Oh, ja. Das war erfrischend. Mach ein Foto von ihm und setz es in das Quadrighon ein. Ich fühle mich so voll wie ein schwangeres Weib. What? Mit der Ohrzange? Das ist geil. Foto ist ja schön und gut, aber der hat jetzt keine schöne Pose. Vielleicht so? Ja, was sagt das Auge? Ich erkenne fast gar nichts. Ich glaube, es war nichts. Oder doch. Ich glaube, die Ambrus ist doch ziemlich hoch vom Schaden, wenn ich Kopftreffer mache. Soll ich jetzt nicht hier lang? Vielleicht? Nur so testweise, weil ich habe das Gefühl, hier geht es auch weiter. Ich habe auch das Gefühl, hier geht es überall weiter. Deswegen gehen wir halt zuerst zurück. Geben das Bild ab und gehen dann nochmal hier hin. Ja, das tut weh. Schaden ist auf jeden Fall da. Irgendwie falsch. Alter, was für ein Schlag. Okay, erstmal mache ich hier einen Speicherpunkt. Und das heißt, auf in den Kampf. Was machen die da? Das soll ich nicht stören, ne? Wo gehst du hin? Ist schon geil. Komm, 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 komm. Au, 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 au. Das klappt nicht so gut. Äh, das klappt nicht so gut. Au. Oh, das, äh... Komm, 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 bleib mal stehen. Muss ich mal nachladen. Au. Geht doch. Ja, komm zu, Daddy. Der Bug mit dem, äh, ionischen... Oh, das finde ich aber nett. Ein Teddybär. Äh, der Bug mit dem Einfrieren war jetzt nicht mehr wie beim letzten Mal. Ich wollte es nochmal testen, aber... Sogar tatsächlich ein bisschen... Bandszeug benutzt. Also gut, ich brauche... Erstmal haue ich hier das Bild rein. Weil, äh, wieso nicht? So, jetzt brauche ich hier noch irgendwo, äh... Da wäre einer. Das wäre dann hier hoch. Hier hoch und dann rechts im Kreis. Hey, Mary, warum hast du so ein trauriges Gesicht? Ach, ich weiß nicht. Genau. Ich glaube, ich weiß einfach nicht, was ich von dir... Was gibt's denn Schönes? 200 Adam Hypnotize Big Daddy 2 und 4 Verbandskästen. Okay. Und wir haben recht viel Adam. Und ich glaube, jetzt sehen wir auch hier... Little Sister in diesem Gebiet. Eine haben wir gerettet, wenn sie so aussehen. So sind sie noch. Okay. Wir haben... 315. Okay. Wir können uns... Insektenschwarm 2 werde ich machen. Winterblast... Boah, nein. Eigentlich nicht. Wir würden wahrscheinlich einfach nochmal sagen, okay, wir holen uns ein paar Slots. Aber welche? Körper... Technik... Kampf... Das Miet. Ich glaube, wir hatten dann auch alle. Genau. Sicherheitssender, Sonic Boom 2... Was sind alle, die wir noch haben? Ja, dann ist ja klar. Zorn könnte ich auch mal benutzen eigentlich. Weißt du was? Ich hol mir Zorn. Bringen sie ihre Gegner in Rage. Sie lachen, während die aufeinander losgehen. Naja, das könnte gut sein. Ich habe noch genug für ein... Technik... Kampf... Wollen wir uns noch einen Kampf tun. Kampf-Slot. Ich hoffe, das war richtig. Dämpft Schritte, erhöht ahnungslos den massiven Schaden. Forschungspunkte beim... Ich glaube, das hier hatten wir drinnen. So. Okay. Wir haben jetzt auch noch Zorn. Das werde ich bei nächster Gelegenheit mal testen. Aber jetzt müssen wir, so schnell es geht, wieder... Na los du Böschchen, schieß! Mach die Augen auf! Ach, die... Das ist schon wieder. Ja, ich brauche... Ionischen Schrot. Ist der Insektenschwaben vielleicht gut gegen dich? Ich weiß nicht. Au, 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 au. Uh, die Insektenschwaben tut recht weh. Au, das tut aber auch weh. Au, 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 au. Das war sehr knapp. Ich dachte, mein Portemonnaie ist immer noch voll. Ah, come to daddy. Okay, wir haben wieder... Kein Ding. Immer wieder gerne. Zeit fürs haue Bettchen, Mr. B. Ach gerade, jetzt geht's doch. Oh, ich hätte beim letzten auch ein Foto machen sollen. Alter, direkt voll? Anfällig für Panzerbrechen, Munition, erhöhter Schaden. Okay. Schade. Hätte ich vielleicht auch noch tun können. Muss Geld... loswerden. Nicht unbedingt. Ich habe Besseres zu tun. Ich glaube, ich gehe an den hier hin. Soll ich mir Stickstoff... ...Iodischen Schrot... ...und auch so einen Brandbolzenleisten von mir aus... Stille dein Verlangen im Zirkus der Werte. Okay. Okay. Wir haben wieder... ...gut aufgefüllt, würde ich sagen. ...und jetzt ab in die Tief... ...Tiefkühlkammer. Ich mache hier wieder ein bisschen Feuer. Und jetzt können wir hier entlang. machen wir das auf auf den Tief... ...und jetzt auf der Titel... ...und jetzt probieren... ...und jetzt. Und jetzt sage ich mal an den Tief, dann kann ich hier die Tief in Navi sorgen. Erstmal ein Foto, weil, äh, hieß er nicht. Komm, das krieg ich noch hin, oder? Habe ich's? Okay, neues Tonicum Extra Nutrition 3. Eine Menge Gesundheit. Brauche ich eigentlich nicht. Äh, ein Lager. Ich hab's mal angemacht. Komm zu Recht! Noch ein Wunsch! Nein, du wunsch! Nein, du wunsch! Nein, du wunsch! Da oben ist noch ein Big Daddy und das müsste der letzte sein, den ich noch töten muss. Willkommen im Zirkus der Werte! Ich werd' mir einen Outdoor-Hacker holen. Den lass' ich noch in Ruhe. Ah, hier geht's doch überall weiter. Äh, ich würd' sagen, ich mach' hier einen Cut. Und, äh, ja. Hoffentlich sehen wir uns wieder beim nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020